In den Moment eintauchen, entspannen, entschleunigen und dabei den Geist der 2000-jährigen Badekultur Badens spüren. Das Badener Original ist bald zurück. Mitten im Bäderquartier Badens entsteht die erste Wellness-Therme der Schweiz. Ich freue mich einfach, dass Baden endlich wieder zur Bäderstadt wird und natürlich, dass ein komplett neues Quartier entsteht. Ich freue mich, also ich freue mich wirklich und bin neugierig, was da kommt. Ich freue mich so darauf, weil das eben einen grossen Einfluss wird haben, nicht nur auf die Bäder, sondern auch auf die ganze Region. Und ja, das wird einen Push geben für die Stadt Baden, sodass der Name Baden wieder zurecht vertreten wird. Direkt an der Limmat baut Stararchitekt Mario Botter eine einmalige Wellness-Oase. Die einzigartige Wellness-Therme schafft Momente der Erholung, des Wohlfühlens und der Achtsamkeit. Inspiriert von der Temperatur des Thermalwassers, heißt das neue Herzstück von Baden. 47 Die schweizweit einzigartige Wellness-Therme in Baden. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Ab Spätherbst 2021 0,99 2021